Ich bin in der Nähe von einem Schädel. 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 Ah, Freunde. Herzlich willkommen bei Fuck Her Primal. Da ist glücklich, sein Schädelfeuer brennt nicht mehr. Das ist schön. Und Tensei wartet da hinten, glaube ich, mit irgendeiner Nachricht. Ziegenfeld, okay. Besser Ziegen als gar nichts. Es schaut derzeit auf der Karte relativ leer aus. Wir haben noch eine Mission mit Tensei und ansonsten da unten eine Mission. Ah, okay, doch. Roshana, Roshani von den Isila, Urki den Denker und dann war es das eigentlich schon. Die komplette Karte haben wir jetzt eigentlich auch erobert. Es gibt, wie gesagt, hier noch diese zwei Ecken, die noch einzunehmen sind. Ansonsten haben wir alles geschafft. Ich denke mal, Urki, da machen wir nachher gleich eine Mission. Jetzt schaue ich erstmal, was Tensei noch hat. Ja, okay, wie gesagt, alter Holz, das... Das habe ich so schnell nicht. Also, zu Tensei und dann haben wir noch zwei andere Missionen und dann glaube ich, sind wir so 90%ig durch mit der Story. Tensei? Hallo, wirst du da? Jetzt! Tensei? Tensei? movements, glegan! Tensei? Ja, mehrando die Not! Das ist eine Tina. Oh, ah, Divine blure! Auf uns Autos! Auf uns. Auf uns. Cola's, guacbar. Yo, schlau. Das war's für heute. Nö. Alles klar. Maske von Krati. Die ist wo? Schauen wir mal kurz. Die ist natürlich südlich. Ah, da unten. Okay. Haben wir gefunden. Jetzt gehen wir erst mal zu Uki. Die Mission, glaube ich, sollte relativ schnell vorbei sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich glaube, das trifft zu. Gut. Akzeptieren. Ich habe jetzt nicht gelesen, was gerade kam. Hilf irgendwas? Soll ich wieder helfen? Was? Alter. Gar kein Blut. Oh nein. Steinhaut für Aufhaltenspieler. Alles klar. Der könnte eigentlich eingewiesen, der Typ. Ach, in Sizila-Lager ist ja nichts Besonderes. Super. Ich riskiere gleich mein Leben für ihn. In seiner Scheiß-Steinhaut. Für eine besondere Urki-Steine. Urki-Steine, was für ein Schwachsinn. Es gibt keine Urki-Steine, nur weil sie für ihn sind. Oh Mann, oh Mann. Gut, da wären wir ja. Ich habe ganz vergessen, dass da jetzt ein paar Gegner sein könnten. Ja, super. Fräulerig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Pssst. Ist das der Wahnsinn. Das war der erste Streich. Der zweite Fall zugleich. Ja, es ist richtig. Feuer ist eine magische Waffe, die man relativ stark unterschätzt eigentlich im Spiel. Genau. Ja. Feuer löschen wäre vielleicht ganz sinnvoll. Wo sind jetzt die Urki-Steine? Wo sind die Urki-Steine? Okay, super. Hat funktioniert. Also, wo haben wir Urki-Steine? Hier ist nichts. Die werden hier sein, hm? Nee. Gut, das hat geklappt. So. Wo sind diese Steine? Ich sehe da oben was, aber das ist nur Schiefer. Ach, hier ist was. Urki-Stein Nummer eins. Okay. Jetzt weiß ich immerhin, wie die aussehen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ah, hier ist einer, oder? Nee, doch nicht. Tja, wo ist noch so ein Stein, Freunde? Auch hier nicht. Ah, Ziegenfell. Gibt's da nicht so schwer zu finden, die Dinger? Eigentlich nicht. Ach, da hinten ist einer. Okay, Nummer zwei. Und wo ist Nummer drei? Das Objekt blinkt ja, oder schimmert ein bisschen. Also sollte man es eigentlich auch finden. Hier ist nichts drin. Teilweise echt gut versteckt, die Dinger. Ja, wo sind denn die? Mann, Mann, Mann. Alles andere total einfach. Aber wenn man Steine sucht, findet man sie nicht. Ja, das gibt's doch nicht. Jetzt schaue ich mal hier hinten. Ja, ist das nur eine Maske? Gibt's das? Ja, das ist nicht der Stein. Ja. Ja. Da kann man ja nicht reingehen. Das ist schon mal nicht toll. Ja, man kann's abfackeln. Das bringt aber gar nix. Das ist aber auch nicht der Stein. Ja, wo dann? Jetzt fackel ich das nochmal ab. Das kann doch nicht sein. Aber gut, es kann sein, dass der hier oben ist irgendwo. Das Gelände ist schließlich groß genug. Hier ist nur ein Südstein. Oh ne, ich habe ihn gefunden, Freunde. Wenn man einmal oben ist, dann findet man ihn sofort. Da ist er, der Stein. Der dritte. Unglaublich. So, endlich geschafft. Also, dann zurück zu Urki. Bin ich mal gespannt, wie es... Wie es ihm denn einfällt, dann eine Steinhaut zu erschaffen. Zu basteln. Keine Ahnung. Hauptsache, wir müssen Hartholz noch mitnehmen. Ach ja, eine Bestie könnte ich brauchen. Und dieses... Das Rotblatt. Also nehme ich davon mal einiges mit. Bestens sechs Mal. So, noch ein Rotblatt. Und wir haben gerade mal zwei von sechs. Genau, dann werde ich mir auch meinen... ...lieben Löwen wiederholen. Ist einfach das stärkste, beste überhaupt. Ich bin nur noch total geflasht, wie schwer das war mit Ul. Das ist ja wirklich kein Zuckerschlecken. Tja, Wookie. Viel Spaß damit. Was? Hä? Hast du ja super gemacht. Ist der tot? Ich hoffe, er ist tot. Ne, er lebt noch. Der war echt gut. Der war einfach zu gut, Freunde. Oh mein Gott, war das geil. So. So. Komm schon. Und gezähmt. Sehr schön. Du darfst ruhig hierbleiben, mein Freund. Gut. Die Folge wäre schon wieder zu Ende, Freunde. Dann demnächst gibt es die letzten zwei Missionen mit Roshani. Von den Isila. Und dem Tensei. Freu dich drauf. Bis Ende. Tschüss.